Hallo, mein Name ist Torge Lamaszanski. Ich mache eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer im Fachbereich Bauwerksinstandsetzung und Gussasphalt bei der Firma Leonard Weiß. Gemeinsam mit meinen Kollegen sichern wir den Erhalt, wie z.B. von Brücken, Tunneln, Tiefgaragen und Parkdecks und das mitunter bei laufendem Betrieb. Wenn wir die Schadstelle lokalisiert haben, beginnen wir mit deren Sanierung. Sehr wichtig ist z.B. dass wir alle Bruchstellen entfernen, die Bewerbung rundum strahlen und dass wir nass in nass arbeiten, da trockene Verbindungen nicht halten würden. Wenn ich nicht zuverlässig arbeite, besteht die Gefahr, dass wieder eine Schadstelle entsteht. Wir müssen uns im Team aufeinander verlassen können. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung meines Arbeitsplatzes ausgesprochen wichtig. Z.B. stellen unordentlich verlegte Luftschläuche eine Stolperfalle dar. Nicht nur für die Kollegen, sondern auch für mich. Ich trage nicht nur dazu bei, dass große Bauwerke erhalten bleiben. Oft werden diese auch noch an die wachsenden Anforderungen der Zukunft angepasst, wie z.B. ein steigendes Verkehrsaufkommen. Es ist schon eine tolle Erfahrung, wenn man erkennt, wie sich die eigenen Fähigkeiten entwickeln. Ich habe mich z.B. immer mehr an das Arbeiten in großen Höhen gewöhnt. Dabei hilft das Wissen, dass ich mich auf den Arbeitsschutz verlassen kann. Leonhard Weiß ist eine Firma mit langer Tradition. Dadurch bieten sich mir sehr viele spannende und interessante Baustellen in der Ausbildung an. Dadurch bieten sich mir sehr, sehr gut an das Arbeiten in der Ausbildung an.